Meine Gäste erzählen alles. Meine Gäste sind cool. Meine Gäste verraten Geheimnisse. Und zwar nur mir bei Reuterin. Schaut hin. Geht's jetzt los? Oder wie? Wenn es einen Fetisch gibt, dann ist nicht das der Fetisch, hier ein Gummihöschen anzuhaben drunter. Sondern? Aber man weiß ja nie. Ja, man weiß ja nie. Es gibt auch Leute, die glauben, dass ich gar keine Unterhose anhab. Wie lästern jetzt über alle, Dirk? Über alle. Weil du bist ja wirklich, mit dir kann man alles machen, Dirk. Ich bin ja auch mal ins Gefängnis gekommen deswegen. Ich habe sie ja einen in den Knast zugelassen. Ach so? Verhaftet wegen Mode, ja. Hatte ich immer eine Schlange von 20 Leuten, konnte mir die aussuchen. Ja, das glaube ich. Was ist das bitte für eine Bruch? Und manchmal habe ich noch alle 20 ausgesucht. Mein Fetisch ist Mode und mein Fetisch bist du. Ja, genau. Deswegen, deswegen. Liebe Promis, es wird nicht schlimm, aber Reuterin schaut hin. Bis zum nächsten Mal.